Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Mikrocontroller-Kurses. Beim letzten Mal haben wir uns angeguckt, wie man mit While Schleifen programmieren kann. Wir haben das genutzt, um eine Zeitverzögerung in unserem Mikrocontroller-Programm einzubauen. Heute möchte ich zeigen, dass es noch weitere Möglichkeiten gibt. Eine Möglichkeit ist, Do While zu verwenden und ich möchte zeigen, wo der Unterschied zwischen While und Do While liegt. Gehen wir am besten direkt in den Compiler. Da haben wir noch den Stand vom letzten Mal. Dort hatten wir diese Wait-Funktion geschrieben und hatten hier diese Schleife und die Schleife ist solange durchlaufen worden, solange i kleiner gleich 50.000 ist. Wir können dieses While ersetzen durch ein Do While. Ich trage das mal eben ein und später schauen wir uns nochmal an, wie dieses Do While genau funktioniert. Also er macht folgendes, er führt letztendlich dieses i++ durch und schaut erst anschließend nach, ob i kleiner gleich 50.000 ist. Also er durchläuft auf jeden Fall einmal diese Schleife und erst zum Schluss wird geschaut, ob i kleiner gleich 50.000 ist. Bei While war das anders. Das gucken wir uns gleich im Detail an. Ich rufe erstmal den Compiler auf und lade das Programm einmal auf den Emulator. Und wir werden dann sehen, dass das Programm genauso funktioniert wie vorher auch. Das heißt, hier unsere Anzeige zeigt letztendlich unser Lauflicht an. Okay, gehen wir zurück in den Editor und schauen uns jetzt mal an, wo genau der Unterschied liegt. Ich brauche dazu nochmal eine Variable. Ich nehme die Variable mal k. Ich nehme mal ein Integer. Integer k. Und führe das Ganze mal hier oben aus. Nach diesem Los geht's. Setze ich zunächst einmal k gleich 0. Und schreibe folgendes, weil k kleiner als 3 beispielsweise ist, soll er im Prinzip das k ausgeben. Ein Printf und dann k beträgt und da soll er im Prinzip das k ausgeben, eine Leerzeile anfügen und dann im nächsten Befehl k einfach inkrementieren. Was er macht ist folgendes. Er initialisiert k auf 0. Dann überprüft er, ist 0 kleiner als 3? Ja, das ist der Fall. Das heißt, er springt in diesen Block und gibt k aus. Also gibt die 0 aus. k beträgt 0. Dann inkrementiert er k auf 1 und springt wieder zurück, überprüft, ob 1 auch kleiner als 3 ist. Auch das ist der Fall. Er springt wieder hier rein und so weiter. Irgendwann ist k gleich 2. Das heißt, er überprüft hier oben, ist 2 kleiner als 3? Ja, das ist der Fall. Er gibt also die 2 aus. Inkrementiert dann k auf 3. Überprüft dann, ist 3 kleiner als 3? Das ist nicht der Fall. Das heißt, er beendet einfach dann diese while-Schleife. Das heißt, er zählt von 0 bis 2. Schauen wir uns das mal an, kompilieren das Ganze und laden das Programm mal auf den Emulator. Und wenn wir das Programm starten, dann gibt er 1, 0, 1 und 2 entsprechend aus. So wie erwartet. Gehen wir nochmal zurück in den Editor und tauschen das while mal gegen das do while aus. Das heißt, wir nehmen das while, kopieren das hier runter. Wichtig ist, ein do while mit Semikolon abzuschließen. Das wird gerne vergessen und dann schimpft der Compiler. Und wo jetzt der Unterschied liegt, in der Ausführung eigentlich gar nicht, sondern, also in der Ausgabe nicht, sondern nachher in der Ausführung schon. Er gibt im Prinzip die 0 aus. K wird auf 0 initialisiert. Er gibt die 0 aus, inkrementiert auf 1 und überprüft dann, ob k kleiner als 3 ist. 1 ist kleiner als 3, das heißt, er springt dann nach oben und gibt dann letztendlich den nächsten Wert aus. Das macht er so lange, bis k gleich 2 ist, also die 2 ausgegeben. Dann inkrementiert er den Wert auf 3 und überprüft dann, ob 3 kleiner als 3 ist. 3 ist nicht kleiner als 3, das heißt, er springt dann nicht nach oben, sondern läuft entsprechend weiter. Das heißt, wir erwarten quasi die gleiche Ausgabe. Er zählt von 0 bis 2. So starten wir das Ganze mal. 0, 1, 2. Okay, das macht er genau so, wie wir das erwarten. Der Unterschied ist aber, bei dem do while wird dieser Block auf jeden Fall ausgeführt. Also ich schreibe mal k gleich 10 und er springt also in den Block, gibt die 10 aus, inkrementiert auf 11 und überprüft ist 11 kleiner als 3, das ist nicht der Fall und springt entsprechend raus. Das heißt, er wird nur die Zahl 10 ausgeben. Ich starte das mal, er gibt die Zahl 10 aus und läuft dann weiter. Wenn das aber eine while Schleife gewesen wäre, ich ändere das mal in die while Schleife, kopiere im Prinzip das wieder hier hoch. Und kompiliere das dann noch einmal. Lade das Ganze wieder auf den Emulator. Und wenn ich dann jetzt das Programm starte, dann gibt er nichts mehr aus. Und das liegt daran, er überprüft zunächst einmal bei der while Schleife, ob diese Bedingung erfüllt ist. Das ist in diesem Fall nicht der Fall, weil 10 ja nicht kleiner als 3 ist. Das heißt, der Block würde hier nicht ausgeführt. Bei do while wird der Block also mindestens einmal ausgeführt. Und bei while wird vorher überprüft, ob die Bedingung erfüllt ist. Und wenn die Bedingung nicht erfüllt ist, dann wird der Block auch nicht ausgeführt. Wenn der Block auch nicht ausgeführt ist, dann wird der Block auch nicht ausgeführt. Vielen Dank.